Was sagst du dazu? Was? Service Paralyze! Wer gefällt dir das? Wir sind jetzt erst in den Boden hier. Und es ist sehr schön. Es ist windig. Du musst bisschen lauter reden. Es ist windig und ein bisschen kalt. Nicht bisschen kalt. Aber es ist schön hier. Wir werden uns jetzt gleich in die Wellen stürzen. Und Sellenheul hat auch schon umgehäubt. Es ist zu sandig hier. Schaut euch mal nebeneinander. Nebeneinander. Der kleine Seil und der große Sven. Let's Q1. Der kleine Seil. Der kleine Seil. Der kleine Seil. Der kleine Seil.